Ich sterb am Blubuff, kann ich mit euch um 3 Euro wetten? Wieder ne Runde Abo-Game Oh, wir sind auch noch perfekt zu dritt auf einer Stelle Mit Jibo und Jonas Ja, ist eigentlich euer Auftritt jetzt, ne? Ja, hallo! Voll motiviert Ja, hallo! Ich muss das hier mitmachen Wir werden gezwungen Ich guck jeden Tag Jojo Jojo, Jojo, meine ich So Du hast gesagt, wir haben 2 Bronze Also, Mitte und Top ist Bronze, oder was? Jonas ist auch Bronze Okay, gut, Jungle Mitte und Top ist Bronze Sehr schön Gegen Wing zocken wir Wir zocken Kalista und Leona Oh Gott, nicht Leona Doch, doch, easy Aber das machen wir schon Die rasselt richtig aus So Mitte haben sie Leblanc Alter, was? Ich hab das Item jetzt Ja, dann sag was, du verwirrst mich User join your channel Moin Alter, verpiss dich Ein Lied hat in der Luft aufgenommen und der Was ist mit ihm los? Ich bin Mod zu kleiner Spaß Alter, ich glaub nicht Geile, geile Scheiß, echt Der kommt einfach Moin Hat Jonas ihn gekickt, oder was? Ich hab ihn gekickt Ich bin Mod, ihr haltet euch nicht an die Regeln Scheiß drauf, ob wir jetzt aufnehmen oder nicht Es ist nicht scheißegal, ob ihr Aufnehmen versorgt, die Aufnahme versaut ist, oder was Was für, was für Regeln? Unser Server-Server-Regeln Welche Regeln? Such dir welche von dem Ganzen aus Was haben wir jetzt falsch gemacht? Ich check grad nicht was du willst Lest ihr die Server-Regeln durch Lest ihr den ehemaligen Channel-Namen durch Ja Regel 3.1 Der Channel Beinhaltete Beleidigungen Der Channel was? Beleidigungen Der Channel-Name beinhaltete Beleidigungen Oder Ähnliches Okay, das stimmt So wie der Avatar sollte keine Beleidigungen Anflüssige oder rechtsradikale Texte oder Sympose enthalten Okay, das stimmt, das stimmt Hm, geb ich zu Und was bedeutet das jetzt? Das nächste Mal, wenn ich hier in den Channel komme Nicht einfach Boah, verpiss dich Sag das deinem Freund Das ist ja gesagt Okay, mach ich Denn ihr seid die User Ich bin der Mod Ich hab das sagen Ihr nicht So wie ich jetzt feste, ne? So wie ich heute verstehe Das soll jetzt nicht irgendwie niedermachen sein oder so Sondern Nene, ist ja okay Aber ich kann Und ihr habt mich beleidigt Ich hab euch jetzt auch einfach für zwei Tage bannen können Das ist mir auch scheißegal Ja, ich kenn die Regeln noch nicht, deswegen Ist ja okay Aber da steht auch in der Mitarbeiter Lounge Wenn man Das erste Mal auf dem Server ist Soll man sich die Server Regeln durchlegen Oh Ist dies dein erster Besuch Bitten wir dich die Server Regeln zu lesen Okay Ja, ist ja kein Thema Ja, ist ja alles okay Ja, ja So viel wär's dann jetzt Ey locker, er wird das Er hat einfach die ganze Aufnahme Ne, ist doch okay Ich lass das sogar drin Echt? Ja Seid ihr jetzt beide wieder da oder nur Jonas? Ne, nur ich Er ist beleidigt Nein, keine Ahnung Ja, aber der soll mal wieder reinkommen Ja, schreib ihm das mal Ja, schreib ihm das mal Bist du wieder da? Ne, ne Das ist nicht klar, oder? Er hat geschrieben Neuer Raum, lol Ja, der soll nicht neuer Raum jetzt Der soll wieder Du bist so dumm, ey Egal Passwort ist wie gerade Ich kann nicht raus Ich kann nicht neuer Raum, weil Ich grad aufnehme Ich muss grad Naja, ich muss fahren Alter, das wusste ich gar nicht mit den Regeln Ich wusste, das ist auch nicht verstanden da drin Ja, ich weiß auch nicht Ich hab ja immer auf euch gehört und bin einfach rein und so Ja, Gevo hat mir da getreut Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt Ey, der Mod raffst du das mal richtig aus Ja, ist ja verständlich Ich mein, wenns Regeln gibt und wir machen da nur scheiße, ist Ja, das stimmt Ja, wer ist eigentlich Flusslust geworden? Dann komm, dann sagt er gleich verpiss dich Ist auch scheiße Ihr könnt ihr euch rein Irgendjemand hat den Namen von dem Baumgart geändert Ja, mussten wir Alter Du musst irgendwas rechtsradikales reingeschrieben, ey Dann kann der Mutti reinrasten Hab ich nix Und du darfst nicht sofort beleidigen, wenn jemand reinkommt Hab ich nix War das dann so ein Moderator oder vom Server? Irgendwie sowas, ja Wie heißt der Huhn das Passwort? Nein, der war ein Moderator Der hat jetzt irgendwie gesagt, ähm Ja, man sollte die Regeln erstmal durchlesen, wenn man da reinkommt Dies und das Hat er ein bisschen geklaudert Und man soll keine Beleidigung als Titel machen und so Ey Ich komm mal beim Blöden Ja, ich find's auch nicht so krass, aber wenn's die stört, was soll man machen? Ist doch jetzt nicht so schlimm Ey Jonas, du bist gestorben im Jungle Ja, ich bin schon krass, ne? Ja Komm, Attacke Los, attack die doch, Auto-Attack, fasse Ey, wenn ihr die jetzt nicht tötet, lasse ich aus NEIN Die hätte ich sowas von bekommen Ich bin krass auf der Buttman Aber good job, ich kann gut farmen Good job Alter, der hätte uns jetzt auch bunnen können einfach Ja Naja Das wär bad gewesen Für die Aufnahme Ja, für die Aufnahme Also ich lass's jetzt drin auf jeden Fall Ja Das ist Das ist Auch was Neues halt, ne? Aber ich würd den erstmal fragen Äh, ne? Nicht, dass der hätte ich noch verklagt Ja, vielleicht zensiere ich's dann irgendwie Ja, ich würd's zensieren Oder ich schneid's dann oder was Ah Sonst meckert der noch und dann schickt der, was weiß ich, wen noch Dann wird's dann noch Seine Mami Hätte ich hier nicht farmen müssen, würd ich mehr sagen, ne? Aber ich musste die ganze Zeit hier farmen Und ich nur, ja, ja, ist okay, ist okay Ey, ich schwör's dir, irgendwann, wenn der sowas... Egal, egal Ja Oh Mann, ey Ich muss kurz einmal reconnecten Der kommt ja so nach 5 Jahren wieder ins Game Nein, nur wenn ich aufm Desktop gehe und dann wieder auf League of Legends Dann hab ich diese Kamera automatisch, äh, dass die die ganze Zeit auf mir bleibt Das kann ich auch nicht wieder ausstellen Das kannst du doch wieder... Na klar kannst du es ausstellen Ja, das kann man normal ausstellen, aber wenn das dann der Fall ist, über die hier, dann kann man alles genau ausstellen Ist das nur so'n Quatsch Wenn ich das oben stelle, die ganzen Kombinationen draufdrücke, Z-drücke Komm jetzt auch mit den Ausreden Ja Die Leona ist hier Das Internet ist für uns alle Neuland Naja Etwas Ich glaub der hat das Gewordet, ne? So, ich glaub wir sollten jetzt mal der... ...Kalista ein bisschen auf die Fresse hauen Und ich fahre hinter... unter den Hintern noch Warten, ne? Dein Support hast nicht der... Oh Gott, oh Gott Ey, wir müssen... wir müssen auch zusammen den Dach... Nein, 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 nein Ambo, please Nein Oh Oh Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal Ich komm mal, ich komm mal Oh mein Gott Oh, ich hab auch noch ein Tauschen abbekommen Oh, diese Freakillt, diese Freakillt Komm her, Busse Oh Mann Komm, die holen wir uns auch noch Ja, das tütet dich Komm schon Oh Wuhuu Ich hab nen Lifesteal, Alter Nice Lifesteal von 8, ne? Das hat also bestimmt das Leben gehört Na klar Ich krieg den Dorans Ringen, ey Ah, nicht hin, pass auf, pass auf, pass auf Oh Gott Da ist nichts hin Ey, er schießt den weg Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal Alter Den hab ich sogar fast bekommen, ey Ulti, hast du keine Ulti? Nein Du hast keine Ulti Fuck Ich dachte eigentlich könnt ihr dich noch gegen den Gerät Aber ich hab den gut abgezogen Ja Ah, viel zu spät gesehen Vielleicht hätte ich irgendwie mit Ehr auf die Wand gehen machen sollen und so Aber was cool ist Was schon geht Hauptsache Lee und keine Kalista So, I'm coming Hä? Lee ist im Weltgame eh useless Ich find die sau stark, Alter Nein, Lee Ach, Lee Ja, im Weltgame kann er ja nicht mehr so viel ausrichten Ja, die Seite sei immer noch Ja, im Teamfight, wenn man ihn kann, dann ist er was wert Wenn man ihn kann, der ist Bronze Du bist auch Bronze Du bist auch Bronze Ja, scheiße Nur mal so, ne? Bronze 5 Na ja, ich bin auch grad unranked Ich muss noch ein Spiel machen, damit ich Bronze Alter, was sind das für Lappenköpfe, ey Komm mal, Botlane Ja, komm mal bitte Die sind so leicht hier weg zu hauen Ich hab's nicht abgegeben Oh Gott, nein Ich muss jetzt voll austricksen hier Komm rein, komm rein Warte 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 Ja, warte, ich muss das jetzt erstmal offplane, das Teil hier Ich hab's verloren Bam Double Kill Danke Lass, lass mal Drake machen Alter, ich schreis sogar noch Ja, irgendwo ist der Dragon Slayer Wir müssen jetzt den Ghost Lane Ja Welch auch für uns Macht das gar keinen Sinn Kommst du zu? Nein, nein, nein Ambo Ja, ja, immer mit der Ruhe, ey Abgehoben Ich bin Farmguide, was soll ich da machen? Die Mitte wird hier voll zerrissen Das brauchen wir gar nicht versuchen Wahnsinn, wir zünden kurz deine Mutter, Ambo Klappt immer wieder Klappt immer wieder So, warum haben die Gegner 5 Kits? Leblanc 3-0 Wow Geil Denkste Ich hab das Gefühl, das Spiel wird schon wieder Premium Ich hab keinen Mana, also Nicht den Riskyboy hier machen Aber die hat keine Ulti, glaub ich Der Ulti hat noch so viel Schaden, da muss man richtig auffassen Aufpassen Alter, ey Schreib mal bitte Thank you YouTube zu ArtZier, der ist ganz so nett zu dir Und ich find das jetzt unhöflich, dass du hier nicht antwortest Ja, so ist gut Ja, so ist gut Ein bisschen motivieren, ne? Ey, warum fokust die eigentlich gar nicht sofort da? Weil sie auf die Fresse wollte Ich hab 10 Sekunden Ulti, ne? Ooooooh Danke Ey, nimmt einfach den Kill Warte, ich versteh's auch nicht Nee, egal Alter, wenn wir ne Wayne feeden, ist es doch viel logischer Ja, aber Musst ja auch schon ne Kill holen, ne? Ich mein, ich kann ja nicht 1 für dich machen Ja, ich mach mit Absicht nicht die Q, weil ich Oh Gott Holt den euch, holt den euch Ich hab, ich komm nicht ran Ich komm nicht ran Der haut ab Hä? 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 Der ist ja richtig, der ist stark, der Junge den holen wir uns Jetzt habt ihr mich terminiert jetzt können wir es röndern Jetzt hab ich kein anderes mehr Boah, nein! Alter, hört doch auf und jetzt kriegt die Schwuchtel auch noch einen Kill, ey Und weißt solche solche Lappen überleben dann einfach ne so Lappen richtige Lappenköpfe die überleben oh gott schaut den Asi an schaut den Asi oh gott oh gott ey diese place ey pass auf der schnippt jetzt noch oh mein gott hat oh krass ins zünden ey wow richtig hart geil also hier was macht denn er und jetzt hau ab stop that shit ich höre die unschuldigen aufschreien jetzt hat er die jona gefehlt jetzt können wir auch nichts mehr machen alter die sollen die bot lane in Ruhe lassen lass mal den kind nehmen oh mein gott wie viel leben hatte der ja was macht er äh wie ist denn da hä 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 komm äh ja hab ich gemerkt nein was feierst du denn komm 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 zu mir komm hier kann nicht jetzt haut der damage raus ey da hält ey krass die hat drei kills bekommen einfach so warum bist du reingegangen keine ahnung du hast gesagt wir kommen und dann dachte ich wir kommen ja weil ich dachte er wird noch ein bisschen durch äh da hält jonas war da alles deine schuld natürlich ne siehst jetzt ein ja natürlich war es meine schuld ich bin doch der bronzer ich bin immer schuld das ist ein nächstes das ist mein so soll ich nicht sie machen mit 0-11-11 schön dass die jetzt der kalister drei kills gegeben haben leblon hat sowieso fünf gut job alter ja aber es ist immer eben immer sind sie teammates ey irgendwie machen sie am meisten angst macht immer die leona die steht schon 1-4 könnte gefährlich werden im deck game wenn die ihre hydra hat ja vor allem wenn wir mit so einer mitte spielen top lane habe ich noch gar nichts gesehen oh hier ist leona hier ist leona lass dich mal rippen wo ist leona oh gott die kommt ey Kalista ist hier auch ey lol die leon die leon die leon die leon das will nie von mir krass okay den kill muss aber ammo kriegen ne nice ist der direct noch da nö der ist noch gar nicht gespawnt oh wusste ich alter der feedet die da in der mitte sowas von ey okay schaut euch den an Ja, ich tanke. Oh Gott. Was ist mit den FPS-Zahlen jetzt los? Warum lag das so? Ich jetzt auch wieder. Warum lag das so? Oh Gott. So, erst auf den Lee, wenn die jetzt reinkommen. Erst auf den Lee. Oder einfach alle weg. Ich hab noch Heal ready. Ich hab jetzt Ulti. Boah, seid ihr cool. So, protectet mich mal hier. Nicht, dass die auf mich kommt. Oh Gott. Geh hier mal die Kill. Oh, was ist das? Ah, nice. Okay, Drake ist da. Alter, der Teleport. Geil. Ja, das war richtig gut von ihm, Mann. Doch nicht, Bronzel. Undercover unterwegs. Ich glaub da ist ein Smurf am Werk. Smurf Diamond. Das ist in echt. Der kann schon wieder passieren. Ey, das ist eigentlich. Das ist ja eigentlich. Der ist eigentlich. Was macht denn der Ding da? Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Ey. Hallo. Ihr seid zwar da nice am Dragon machen, aber... Schön, dass ihr den Weg versperrt hast. Ich find's ja lustig, ne? Ich find's ja lustig, ne? Ich find's ja lustig. Ich kann sofort schon in den Tank gehen. So, ich hab zwar 6 Kills, das ist zwar schön, aber warum hab ich 4 Deaths? Was mein ich dir jetzt? Soll ich noch schaden? Ich will's noch bauen oder direkt Hank? Ähm, Hank, 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 Hank. Ja, gut. Auf jeden Fall, Hank, ja. Warte, hol dir. Hol dir erstmal ran, du. So, warum gehst du in die Mitte? Ich dachte, du bist mein Supporter. Ja, ja, ich lauf nur hierher, weil... Achso, schaust du dir einfach mal ein bisschen um, ne? Ja, ich hab ein paar Watts gekauft, deswegen kann man auch ruhig mal hier lang... Weißt du, hier... Nice, mitgedacht, Alter. Ja, ja, ich weiß. Helfen mal beim Blue, helfen mal beim Blue. Äh, was machen die da alle? Ich weiß nicht, die müssten mir helfen. Für Narnia und so. Ich komme. Hä? Ja, für Narnia. Ich komme. Oh, sie sind alle. Braum? Jetzt hauen wir dir um, jetzt hauen wir dir um. Go, go, go. Oh. Krass, ey. Wieso hab ich schon hier den Kill bekommen? Ey, die ist doch so gefeedet schon, ey. Keine Chance mehr. Die ist... Nein, das war die falsche. Oh mein Gott. Ja, weggehen, weggehen. Eint. Eine Kill vom Nasus noch. Oh. Die ist... Die ist übelst gefeedet. Na, sie war's, ey. Oh, nice. Ey, der ist ganz Bronze. Das ist so ein... Anaka, was muss man davon? Der kassiert. Natürlich ist es Bronze. Ey. Sechs Dislags. Die sind ja hier alle am Smurfen. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Der hat das aber ganz gut gemacht, ne? Das kann's auch nicht... Ja, stimmt, ey. Der hat mich gerettet auf jeden Fall. Ich komm. Das ist schon ein krasser Ball. Boah, jetzt hat er den Falschen mit dieser Angst eingeflößt. Doch, Bronze. Dieser Azir denkt, er ist wirklich... Wenn wir nicht sagen, dass er nicht Bronze ist, dann steht der ein bisschen unter Druck. Ich dürfte nicht mehr sagen, dass er nicht Bronze ist. Easy. Wird getriebt, alle. Wir müssen schnell Mitte pushen. Jetzt hat echt seinen Tower einen Kill geholt. Ich glaub's nicht. Okay, er ist Bronze. Warum hängt das so? Ich glaub's da fast. So. Euch gefällt meine Waffe? Ich hab meinen Verspotten auf meine Maustaste gemacht. Das ist voll cool, wenn man... Er ist mir spät oder so. Da komm... Da kommt was. Nimm den Blue. Ich soll den nehmen? Sehr gut. Mach das bitte auf Azir. Boah, holt euch die Leblanc. Azir ist leider rausgehebt. Ja, hol den Blue, Jonas. Dann nimmt er mir den Red einfach weg. Naja. Aber du kannst die Golems gern haben. Wir können hier den Tower holen. Ist echt so, ne? Und in zwei Minuten können wir Drake... Nix sagen. Nix sagen. Also bei Red wär ich zufrieden gewesen. Hast du mal was sagen müssen? Ich kann ja... Tele... Telepartiere hab ich auf der Weide früher noch nicht erlernt. Kannst du jetzt schon meinen Namen pflanzen, aber... Ich glaub wir sollten weg. Genau, so ist der. Schon nicht los gekommen. Weil die uns sonst sowas von auf die Fresse haben. Wir können alle in den Buschen. Und ich hab in 10 Sekunden Ulti. Oh Gott. Komm, einen müssen wir kriegen. Alter, was ist denn mit dem falsch? Oh mein Gott. Ich hab's bekommen, Mann. Ähm. Danke, dass ihr uns da geholfen habt. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Komm, einen Quarter. Ja, gut. Der holt dich. Der holt dich. Nein, ich bin den Quarter. Ja, ich hab einen Quarter. Oh. Oder? Doch keinen. Hab ich jetzt einen? Ja, du hast vier Kills. Jonas und uns ist drin. Keine Quarte. Ja, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Entschuldigung. Ja, nächstes Mal musst du dir merken. Acen kannst du ja, hast ja schon gelernt. Das war. Aber er heute akzeptiert noch nicht, dass es sonst was wir machen können. Der Nasus hat uns auseinandergenommen. Nein, Mann. Ich hab die auseinandergenommen. Der Nasus hat mich und Jibo auseinandergenommen. Aber komplett. Oh shit, ey. Ich brauch da noch Attack Speed. Boah, wie? Sie denkt, sie ist krass, ey. Boah, verpisst dich von meinem Farm, Azir. Hau ab. Der will meinen Farm klauen. Drei. 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 Nein. Boah, ich bin so krass, ey. Ich hab den nie angesehen. Der hat sogar... Oh mein Gott. Oh! Oh, oh mein. Das war... Oh Gott. Duft da. Nein, nein. Nicht mich. Mohoi. Warum ist da keiner? Der mich beschützen kann. Der hat keinen Supporter, ne? Der Supporter ist irgendwie ein AD Carry. Stimmt. Der mich beschützen kann. Hab vergessen. Alter, wie einfach auf die Fresse kasseln von diesen Nasos. Habt ihr mal gesehen, wie viele Stacks der Typ hat? Der ist wie hundert. Die haben uns halt alle genockt. Mama. Warum ist mein Team wieder so scheiße? Keiner fokust LeBlanc. Ich hab die LeBlanc gekillt. Ja, am Ende. Ja. Die geht da voll die ganze Zeit auf mich, ey. Es ist da spät als nie. Und außerdem hat die da so ein B mit dem. Kann die irgendwie ein bisschen mobil sein, glaube ich. Ich glaub es ist halt ja ein WeWork so. Täme ich ja jetzt auch nicht so aus. Täme ich aber. Hau gedankend, Alter. Danke. Ohoho. Ohohoho. Kann du nicht? Was ist denn aus? Komm schon. Oh, jetzt nicht greedy werden. Der dreht um und haut dir eigentlich mal sein dickes Gerät auf den Kopf. Geräte? Soll noch mein Gerät sein? Oh Gott! Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, war doch schlecht! Ja, Dragon ist ein bisschen wichtiger als für Play! Hallo, hier! Wenn wir alle Dragon sammeln können, können wir nicht verlieren! Ich hab Battling gemacht, krass! Können doch als Solo machen! Genau! Kommt alle! Yes! Yes! All versus me! Come on! Er flamet wieder, Alter! Hey, solche Spackis, ey! Wo wart ihr schon wieder? Wieso? At-1-Swarfer spielst du auf PS4, ne? Yes! Krasses aim für PS4 eigentlich! Was? Krasses aim für PS4, aber du hast ne hohe Entfälligkeit, ne? Ich spiel auf 5! Ich spiel auf 8 oder 9! Ich spiel auf 18! Ja, das spiel nicht mehr, Mann! Doch, doch, ich bin Level 90! Klar, Junge! Schaut euch an, schaut euch an! Schaut ihr euch an, wie gut der ist! Echt so, Mann! GG! Bronze 1! Als ob der Bronze ist! Der kann noch was! Natürlich ist der Bronze, der ist wohl schlecht, ey! Echt so! Ich meinst, der ist... Ich meinst, du musst nur ein paar Knöpfe drücken! Sag die Bench vielleicht, wenn er jemanden stirbt! Ja, weil mein Supporter... Er denkt, er ist hier ein Camper, und kämpft da irgendwo anders! Lass mal Barron machen! Lass mal Barron machen! Lass mal Barron machen! Was für'n Barron! Der Barron! Wir schaffen den Easy, Mann! Kalista steht 3, 10! Pass auf, wie wir kassieren! Ja, machen wir jetzt oder nicht? Eie, heulie! Ja, ja, wir machen! Nein, nein! Doch! Mach doch alleine! Machen wir! Du dritt! Du dritt Barron! Hau da ab, ey! Nein, bist du doof! Mach doch kein Barron! Oh mein Gott! Machen wir jetzt Embo! Ey, wir werden das jetzt verlieren! Die haben der Ward! Nein! Komm mal, die kommen doch schon alle! Kommt weg, ey! Kommt weg! Jetzt haben wir den Free-Bowl entgegen! Das ist das Scheiße, ey! Ach, Quatsch! Nein, nein, wir können es dienen! Ja, genau! Warte, wir brauchen ein bisschen! Alter, du bist doch ein Mappen, ey! Scheiße! Auf den Schwingen der Nacht! Jetzt brauchst du sie lange, um das zu cleanen! Ja, damit ist es da wohl! Wie sie sich denken musste! What the Faktik, die sich hier zu tun! Oh Gott, die kommen alle hierher! Da sind immer noch What's, hä? Ja! Was nennt man's Faktik? Die können sie nicht alle cleanen! Wo sind die denn? Guck doch mal auf die Midlanes! Die sind alle in unserem Jungle! So, Leblanc ist low! Ein Hit und die ist down! Oder eine Ulti und sie ist down! Oh, hat er nicht gemacht! Ich komm! Oh, hab ich sie richtig auch faked, ne? Hab ich sie viel? Ey, jetzt können wir danach... Ey, wenn wir den T-Fakt geben, dann können wir Baron machen! Aber... Ich glaub die eigentlich dran! Was braucht es die Nerven schon? Weil ich den Nuckel, ey! Guck mal, ich... Ich räum hier auf! Weißt du? Und ihr? Oh, wie die einfach zerstört werden! Ohohoho! Okay, ich lass Baron machen! Baron, 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 Baron! Baron, Baron! Was ist, Mann? Der Duane, ey! Der Duane! Kommt jetzt Baron! Ja, ich komm schon, ey! Berrück dich! Dickies! Und zack, und zack, und zack... zack... zack! zack... no, Mana, jetzt kommt er mit seinen Auto-Attacks! Ey, du ist echt ne Legende, Phil! Seht ihr? Ich hab doch gesagt der ist Bronzer! Ja, okay, er ist doch bronz! Ja, Mann... Wir juht schnell weg! Mitn sonnen борyears thirds! Ich glaub der Asi hat keinen. Doch hat er leider. Schade. Ich hab keinen Baron mehr bekommen. Ich kauf mir Warmog, man. So, jetzt bin ich... Unsere Millen sind so mega stark, jetzt können wir nicht mehr. Jetzt bin ich ehrlich. Ey komm, das wärs doch mal. Nach 50 Spielen endlich mal ein gewonnenes Spiel. Ja, ne. Mit Braun zu spielen. Ey, es ist sozusagen die Entschuldigung von White, dass wir die ganze Zeit nur verlieren. Und es nie... Warum chastet ihr die denn nicht? War schon ne krasse Power. Alter, einfach zerstören. Einfach weg. Boah, Alter, was geht mit euch jetzt ab? Nice. Jetzt rasten wir richtig aus. Supporter Duell forever. Ey, gebt euch bitte den Kampf. Gebt euch bitte den Kampf, Jungs. Mädels. Ambo. Alter, ich muss schon sagen, ich führe sie. Also, ich hab den Nasus geholt. Und gesagt, jetzt kommt der Moderaten unserer... Ey, ich bin doch am Kämpfen. Wo seid ihr? Ich brauch Hilfe. Kommt. Kommt. Was macht der noch? Leck, du kommst da durch! Niemals! Ey, das hat eine halbe Stunde gedauert. Ey, wir müssen diesen Moderator gleich nochmal sagen, dass er... Oh Gott, nein! Nein! Alter, ey, warum fokust die mich? Du gibst ADC. Du gibst ADC. Vielen, Entschuldigung der ganze Zeit. Das ist echt so easy. Wir brauchen mal schwerer... Weißt, das ist schon so easy, da braucht man schon gar nichts mehr. Was machst du? Warum hast du die Base? Das lässt mich falsch, klar? Töten können sie mich eh nicht. Stimmt, da kann man sehen, wo sie sind, ne? Das ist mega okay. Ich mach mal Proton Tower. Ey, ohne Witz. Ja, okay, das war jetzt Lack von denen. Dieser Moderator hat uns einfach krass Glück gebracht. Der hat nicht reingekommen, wir hätten das Spiel nicht gewonnen. Ganz einfach. Auf jeden Fall nicht. Wie sieht das noch gar nicht funktionieren? Ey, wie stellt euch das vor? Der flasht da drüber. Ja, der raus sieht vollkommen aus, ey. Ey, verpiss dich, man. Und ey. Boah. Ey, Asiya. Jetzt komm, mach mal kein Harapesh. Ulti. Alter, und bekommt tut er dich echt gut. Alter, Asiya. Ich weiß, wo dein Auto steht. Aha. Glöcker. Alter, und jetzt kassiert der, ey. Der Wind hat auch schon krass. Wow, 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 wow. Der Wind wird alles offenbar. Und ich bin fullbild. Du schirfst gegen den. Fullbild, wie ja, tschüss. Ich wette ein bisschen Geld, dass du auch gegen den aufstehen musst. Klar doch. Er hat keinen Papier. Ja, jetzt hast du dir eine 50 Cent Schilf verdient, ne? Lass mal Dirk machen, schnell. Dann haben wir unseren Käfen schon. Haha. Ey, der Sport, das steht da seit 20 Minuten. Tja, wie sind ihm die Drachentöter? Töter. 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 Und die Vögel-Töter. Ja. Das ist echt gay. Wow, er hat mir einen Red Buff gelassen. Ja, jetzt werde ich hier noch aus deiner krassen, jetzt werde ich noch ein Feuer hier. Ja, das glaube ich auch. So, was macht ihr jetzt? Schamen. Wie ein Boss. Alter, was kickt ihr die da rum? Boah, und jetzt hat er die mitgenommen. Ja, die ist schon mal ein bisschen. Der kommt zurück und stirbt. Jetzt auch Bronze machen. Ganz schlemer Fall. Der ist Über-Bronze. Ne, ist schon Plastik 5. Du bist so schlecht. Ey, wenn die nicht unsichtbar geworden wären, ey. Die wird da eiskalt unsichtbar. Ja, ich denke. GG. Well played. Würde ich sagen. Ja, Mann. Ey, ich schreib mal gleich den Moderator an, was er nochmal reinkommt. Danke, Moderator. An dich ein dickes Dankeschön. Oh, nicht auf jeden Fall Spaß. Peace out, both. Gewonnen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.